hallöchen meine sehr verehrten zuschauer liebe freunde ich bin es wieder euer pro gamer ich lade euch herzlich ein zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben sonntag und wir spielen rocket league so mein auto habe ich gerade so ein bisschen neu gemacht vom design her und wir gehen jetzt kurz auf spielen zwanglos standard und die suche läuft ja meine lieben freunde geht noch mal kurz auf klo danach in die küche holt euch den ein oder anderen snack und dann könnt ihr euch es schön bequem machen füße hoch lehnt euch zurück und dann lauscht meinen memoiren so ja geht los anschnallen so ich bin captain redock stehe ganz oben dann haben wir noch okay dann geht's los schade hat mir der eigene mitspieler das kaputt gemacht so wo ist der ball da ich hab kein nitro scheiße ich brauch nitro zack zack und ab ins tor ach scheiße wo ist der ball warte warte torwart 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 nitro aaa miss ja so ich bin rot ne ja lass mich doch mal in ruhe lass mich doch mal in ruhe aber es wird nichts ne ach shit so ich muss den ball da irgendwie wegkriegen wo ist er ach ich kriege ihn nicht wo ist er ach warte mal da ist er ein bisschen hoch jetzt ach 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 ich hab kein nitro mehr ach scheiße ach scheiße ach 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 gut gut kann man nichts machen wir versuchen es nochmal nitro na ah shit geht er rein nee ah wo ist der ball na nitro nitro na ok wo ist er jetzt da ach 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 mist shit oh es geht dem oh gut dachte schon der lief wieder rein ach shit so haut ihn rein schön meine vorlage oder stand da aber nicht naja egal so 1 1 mal sehen ob wir das jetzt hinkriegen nitro ach shit warte ich muss einmal hier rum da ist er warte ah ok ah miss ah ja ich will den jetzt nicht ins tor hauen also boah war das knapp weiter ach oh alte nee ach miss da kommt der mir dazwischen blöde witsche miss der wäre sonst reingehen kann blöde witsche hab ich nitro nein nimm dir wieder das nitro weg scheiße oh oh man oh nein weg damit ja alter was macht ihr ja schön alter ich dachte schon er geht rein weg mit dem ball wo ist er da scheiße hätte ich oh alter was machen die los man kommt nicht einmal zum schuss ne ne genauso wie bei den frauen oh oh warte mal so vorlage oh nein das schaff ich nicht oh jawohl hau ihn weg oh dann haben die ja wohl gewonnen weil wir haben nur noch 4 sekunden keiner von meinen mitspielern steht im tor oder in der nähe ne scheiße das war's naja gut kann man jetzt machen wie viele tore haben wir eigentlich gemacht nur eins na was ist das denn aufkleber ok so ich bin auf platz 2 dann gehe ich mal aufbereit so ja das erste haben wir leider verloren aber gut wir gucken mal so noch eine woche dann gibt das Kohle oder so gut wie Donnerstag ist glaube ich der erste am Freitag den 2. Dezember da haben wir mit unserer Firma Weihnachtsessen in der Brauerei in Kiel da gibt es dann ja Grünkohl oder Schnitzel mit Pommes oder so ein scheiß vegetarisches so so wir gucken mal Skywalk hoffentlich ist der mal in unserer Mannschaft dann haben wir am 16. Dezember gehen wir zum Weihnachtsmarkt und am 23. Dezember haben wir nochmal in der Firma Kartoffelsalat mit Würstchen also dreimal essen wir am Weihnachtsmarkt können wir saufen so wo ist der Ball weg da ist er hab ich Nitro nein oh man da soll er doch nicht hin ah alter Bom Nitro Nitro oh schön Tor Stone Eater schönes Tor Bam 1-0 für uns so anschnallen Nitro weg Mann du blöd Mann ah shit ja schön aber den krieg ich nicht ich brauch Nitro ah ich krieg den nee nee wo ist der Ball da ah scheiße wo ist denn der Ball da ok ah weg weg damit weg mit der Pulle wo ist der Ball hä bin ich blind da aus dem Weg ah nein jetzt hau ich ihn nicht richtig scheiße blöd 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 ok nee so jetzt ab ins Tor damit oh nein wo ist der Ball da hab ich ihn nicht nitro jawoll du äh von Cap'n red on endlich nitro zur richtigen zeit zack 2-0 jawohl ja Applaus oh kein nitro wo ist der Ball weg wo ist der Ball hab ich nitro ja oh man aus dem Weg nein weg damit jawohl schön der aus dem Weg ah ne du so Vorlage reinhauen ja schön Stone Eater jawohl ja das war ne geile Vorlage zack und rein schön gemacht so jetzt hier von der Seite ah schade zack ah schade schade wo ist er jetzt da ah nitro brauche ich schön nein wo ist der Ball da ah schön hä da jawohl ah schade ja das klappte natürlich nicht wenn du da direkt parallel zum Tor bist oh schön Tor dann hat jeder von uns jetzt ein Tor gemacht und ich glaub Skywalk hat zwei ja so so Tor ach schade wo ist der Ball ah okay nix saum Tor von Cap Spread on! Achso, wir stehen schon... Ja, ok, da steht schon 5-0, ja. Naja, gut. So. Ah, schade. Ja, da ist aber einer... Ahm... Oh, shit! Entgegengekommen, ja. Ah, gut, da steht ja schon so, wenn was so ist. Ah, shit, warte mal. Lass uns mal ein Stroke gehen. Ah, ok. Ah, weg damit! Na gut. Ja, wir haben noch eine Minute. Ah... Ah, shit. Ah... Ne. Ah... Ne. Warte mal. No. Na ja, von mir aus können sie, ey... Na ja, ein Erntor machen. Boah, Alter! Ja, geh da rein, ne. Schönes Tor! Oh, Alter! Oh, Alter! Spielt er da Torwart, der kleine... So. Wir haben zwei Tore gemacht, sehr schön. Ah, Stone Eater hat auch zwei gemacht. Aber er hatte mehr Vorlagen. Ja, ok, aber ich hatte drei Schüsse und er nur zwei. Na egal. So, ich geh mal auf bereit. Ja. So. Ja, ne gute Mannschaft finde ich hier. Stone Eater. Dann dieser JFFG. 21. Der hat auch jeder ein Tor gemacht. Ich hab zwei. Und Stone Eater, glaube ich, zwei. Jaja, genau. Genau, ja. Ähm... Genau, also in der Firma, wo ich jetzt bin, da bin ich jetzt so ungefähr seit sieben Monaten. Aber die machen echt, äh, voll Action zu Weihnachten. Find ich geil. Ja. Zwei Weihnachtsessen. Einmal Weihnachtsmarkt. Denn in der Firma noch Waffel essen und all so'n Quatsch. Also... Da geht richtig was ab zu Weihnachten bei denen. Ich liebe die Vorweihnachtszeit, das sagte ich ja schon mal. Toa, jawohl, ja. Cap Writer. Der saß, ne? Ja. Der saß, gut. Ja. So. Jetzt fang ich von hinten an. Okay. Ah, schade. Ah, kriege ich nicht. Spiss. Warte mal. Vorlage. Vorlage. Schön. Weg damit. Weg mit der Pulle. Ah, Mist. Warte mal. Ah, shit. Nein. Was mach ich? So, ich hol mal mal Nitro. Wo ist der Ball? Hä? Da. Schön. Warte. 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 Ah, Mist. Warte mal. Ah. Ah. Ah, schön. Hab ich nicht getroffen. Jawohl. Wo ist der Ball da? Wo ist der Ball da? Hey. Wo ist der Ball da? Ja. Ja. Ah, Mann. Scheiße. Da ist er. Rein damit. Jawohl. Ich bin ja immer sicher. Ah, mach ich. Ach, schade. Ich bin ja immer sicher. die 3.000 Euro Inflationsprämie. Aber es war ja klar. Ah, scheiße. Ja. Das ist ja auch eine Menge Geld. Ja. Für die Firma. Ja. Schön. Also ich hatte mal den einen Projektleiter gefragt und Tor! Und was für ein Geiles! Alter! Guck dir das an! Baaah! Ja. Den Projektleiter gefahrt und wir sind ungefähr 1.000 Mitarbeiter. Und wenn dann jeder 3.000 Euro kriegt, sind das 1.000.000 oder 3.000.000? Ne, warte mal. Weiß ich. 3.000.000, ja. Ja. Das ist einfach zu vielen. Ist ja klar. Ah. So. Jetzt haut ihn mal weg da. Hab ich Nitro? Nein. So. Vorlage. Rein damit. Nein. Warte mal, ich hol mir noch mal Nitro. Wo ist der Ball? Da. Leck damit. Schön. Ah. Scheiße. In die falsche Richtung. Ah. Mist. So. Kurz da hin. Ah Ah, schade Mist Aber egal, wir führen ja 3-0 Geht er rein? Ne Ne Nitro Wo ist der Ball? Ja, da Schön Immer weg vom Tor Boah, Alter, wo ist denn jetzt der Ball? Da Ah Ne Ich weiß ja nicht, wo der Ball ist Aus dem Weg Ah Zack Rein damit Ja, rein damit Jawohl Ah, schade Das war doch mal ein geiles Bild für Thumbnail eben Ja So Ich bin Platz 1 Mit 2 Tore Ja Ich geh mal auf bereit Ja, also Wie gesagt Die Vorweihnachtszeit ist schon richtig geil Ich mag das Was ich nicht so toll finde Ist so Januar, Februar Oh, grausam Grausam Man muss sich mal sehen Wie ich da die Arbeit Äh Wie ich das hinkriege Im Januar, Februar Ich hasse die Zeit Ja Und da muss man auch noch jeden Tag arbeiten Das einzige Wo man sich drauf freuen kann Wäre vielleicht Urlaub Wobei ich nur 25 Tage habe Glaube ich Ja Das sind 5 Wochen Ja Da könnte ich ja mal Eine Woche nehmen Im März Oder April Mal gucken Ja So, wo ist der Ball? Hä? Da Ja, schön Tor von Gangsterman Wow, der ging aber geil rein Ja, nicht schnell Der rollte denn so rein Haha Geil Aber jetzt Freuen wir uns erst mal auf Weihnachten und Silvester Ja, ich finde die Obergeile Ah, schade Wo ist der Ball? Oh, da Ach, okay Ah, schade Okay, nee Ah, Mist Vorlage Ah, mein Was hab ich denn gemacht? Ja, ich wollte ihn nur anschneiden Aber Ich bin dran vorbeigefahren Ja So, pass auf Wo ist er jetzt? Hä? Da Ah, Mist Der sollte eigentlich reingehen Ja Hab ich Nitro? Ja Dann können wir den hier weghauen Erstmal Ja Wo ist der Ball? Da Ja Nitro Ja Schön Schön Ah, Mist Schade Ah Geh da rein Ne Wo ist er? Keine Ahnung Ja Schön Ja, das wurde auch mal Zeit Ne Ja 2-0 Oh, schön Geh da rein Ne Knapp Pfosten Ah, scheiße Schön Pass auf Ah, Mist Jetzt verbrauche ich meinen Nitro Um nach hinten zu fahren Seine Scheiße Jetzt habe ich keinen Nitro mehr Der geht nicht rein, ne? Oder? Jawohl, ja Aber gut Das war jetzt nicht mein Tor Aber Schade Ich dachte, das wäre ein Gegenspieler Dann wäre das mein Tor gewesen Naja, egal Meine Vorlage Ja So 3-0 Oh, geht er rein? Ne Ach, schon wieder Pfosten Mann Oder knapp vorbei, ne? Ja Oh, ich habe keinen Nitro Oh, jetzt haue ich den auch noch davor Ah, okay Ne, ich habe keinen Nitro Ne Haut ihn rein Ja Schön Wieder meine Vorlage Ja Zack Da So Wir haben jetzt noch 2 Minuten und 20 Sekunden Und dann Ist die Zeit auch leider vorbei Also das ist das letzte Spiel Wo ist der Ball? Ah Wo ist er? Ah, okay Shit Na, warte mal Ich hole mir erstmal Nitro Und dann greife ich an Ich bin tierisch langsam Habe ich das Gefühl Ja Ah, okay Oh, Alter Zack 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 Ah, wo ist er jetzt? Na, okay Nicht schön Haben wir ihn? Ah, schade Ah Hab ich nicht Tor, ja Ah, aber ich krieg den da nicht rein Vorlage Ah Ne, mein Nitro ist alle Oh, shit Oh, Alter War das knapp Oh Halt Halt Wo ist er? Da Da Hey, du sollst mich doch nicht ins Tor hauen, Idiot Den Ball Schön Ah Mist Geh da rein Jawohl Gangster Man Ich glaub der Dussel hat schon drei Tore gemacht, ne Und ich nur eins Jetzt mach ich eins Ah, shit Kommt mir da wieder einer in die Quere Jetzt aber Oh, nein Komm ich da nicht ran An den Ball Mist Oh Scheiße Oh, wir haben gewonnen, ne Ja, alles klar Cool Hab ich kein Tor gemacht? Doch, ne Wir gucken mal kurz Hab ich doch nicht Achso Ne, aber ich hatte geile Vorlagen Ja, ja Ja, alles klar Ne, gut Dann, äh Die Zeit ist leider rum Meine lieben Freunde Meine lieben Zuschauer Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag Eine tolle Woche Was auch immer ihr macht Ob Arbeit oder Schule Freut euch auf den ersten Advent Und dann Bleibt gesund Bleibt cool Und dann bis bald, Rian und Tschüdelü Nein Was auch immer mehr